Oh Alter, was geht ab Leute? Noch zu später Stunde mit einem Video, weil ich muss den Algorithmus füttern. Ich habe gerade die Raid Stunde mitgemacht. Lief okay, wir haben ein paar Raids hier in der Nachbarschaft gemacht, ihr wisst ja. Ich mache nur noch die Raid Stunde hier in der Nachbarschaft, damit die Leute hier die Raids zustande bekommen. Ihr könnt gerne unten in den Kommentaren schreiben, wie es bei euch so lief. Danach habe ich nur gechillt und habe mich nicht wirklich motivieren können, irgendwas zu machen. Geschweige denn überhaupt ein Video zu machen. Aber das muss jetzt noch groß geworden werden. Niantic hat das GoFest für 2020 angekündigt und zwar 25. und 26.7. Also genau in zwei Monaten ungefähr. Zwei Tage, Samstag und Sonntag. Und es wird halt nicht echt stattfinden, sondern nur via Ticket. Und dann wird das halt von zu Hause aus spielbar sein. Genau wie halt jetzt die Safari Zonen. Ja, damit konnte man rechnen. Ich bin gespannt. Die haben irgendwas gesagt mit Neue Wege, um mit anderen spielen zu können. Und das halt zwei Tage möglich ist zu spielen, ist natürlich auch schon sehr nice. Also man kriegt sozusagen das Doppelte. Preis wird wahrscheinlich derselbe sein wie ganz normal. Sind 25 Euro glaube ich waren das. Plus Steuern. Also um die 30 waren es dann. Und vielleicht gibt es dann auch wieder Frühbucher Rabatt. Nicht Rabatt. Frühbucher Ticket, wo man dann zwei Stunden extra bekommt. Das habe ich bisher immer gekauft. Letztes Jahr GoFest und auch für die Safari Zone. Und ich hatte ja schon bereits eine Safari Zone, die ich von zu Hause aus spielen konnte. Alter. Als ich das gespielt habe, jeder so. Boah, du Spoofer. Wie kannst du dich nach England spoofen und so. Ne, man hat individuelle Spawns bekommen. Jeder der ein Ticket hatte, der hat seine Spawns von zu Hause aus bekommen. Also die Spawns, die man normal hat, sind dann zu den Event Spawns geworden. Das heißt, wenn da irgendwo in der ganz normalen Radfahrt oder so gespawnt wäre. Jeder der ein Ticket hat, der hat dann, was weiß ich, Relikan gesehen oder sowas. Aber für die anderen Spieler ohne Ticket dann war es, für die war es immer noch ein Radfahrt zum Beispiel. Was dann ganz interessant ist. Oh ne, das sage ich lieber nicht. Pssst, das sage ich lieber nicht. Das ist was anderes. Oh, jetzt habe ich euch neugierig gemacht. Aber das kann ich erst nach dem GoFest sagen. Aber die große Erfahrung, das was Spaß macht bei diesen Events ist natürlich das Dahinfahren. Das Erlebnis, die Leute treffen, dies, das. Die Safari Zone, ganz ehrlich, fand ich nicht toll. Ich habe ein paar Relikan gefangen. Ja, schön. Ich habe ein paar neue, einen neuen Ikognito Buchstaben gefangen. Ja, schön. Ich habe eine Medaille bekommen und das war es. Also, das Geld hat sich nicht wirklich dafür gelohnt. Also, ich habe im Grunde genommen einfach nur Geld gezahlt für ein regionales und einen neuen Buchstaben. Ist nicht so der Sinn dahinter. Ich meine, viele haben sich immer beschwert. Ich habe gesagt, yo, man kann nicht da hinfahren nur für Pokémon. Reisekosten, Hotelkosten und so. Wieso macht eigentlich das nicht immer, dass es, also früher, bevor Covid-19 und sowas. Dass sie das nicht einfach von so aus aus spielbar machen und sowas. Und die Leute sich da ein Ticket kaufen können. Und jetzt kriegen die Leute ihren Wunsch. Aber ich, der beides erlebt hat, muss sagen, es macht ja nicht so viel Spaß. Klar, du kriegst halt deine ganzen Sachen. Aber ist es das, das Geld wert? Um ehrlich zu sein? Nicht so wirklich. Wie gesagt, diese Frage geht so nicht. Ich habe das gekauft. Ich habe die Sachen bekommen. Aber ich meine, das, was Spaß gemacht hat, war ja das Hinfahren. Die Leute treffen dieses Erlebnis. Ich weiß auch noch die andere Seite, die immer gesagt hat. Also, wo irgendwelche Leute dann geschrieben haben. Meistens irgendwelche Casuals. Wie kann man bloß für Pokémon so weit wegfahren? Und das ganze Wochenende opfern. Und dann haben die, die dort hingefahren sind, als Argument immer gebracht. Weil es ein Erlebnis ist. Und dieses Erlebnis, was halt auch so ein großes Argument war, wieso man da hinfährt. Das fällt halt weg. Deswegen... Ich meine, jetzt hat NIT dieses Jahr eh keine Wahl. Und es ist halt natürlich besser als nichts. Und das, was kommt, wird wahrscheinlich auch okay sein. Aber wenn ich jetzt mir die Safari-Zone so anschaue, hat sich nicht wirklich echt gelohnt. Also für alle, die sich überlegen, ob sie es kaufen oder nicht. Also jeder, der eh kaufen will, der kauft. Aber es gibt halt auch richtig viele Spieler, die sehr, sehr casual sind und nicht unbedingt kaufen wollen. Oder sich überlegen und dies, das. Und denen kann ich sagen, wahrscheinlich wird es sich nicht lohnen. Klar, man hat ein paar neue Shines bekommen. Das ist natürlich... Ja, stimmt. Das hätte ich vielleicht auch erwähnen können. Ich habe nicht nur, ähm, Velikan bekommen und einen neuen Buchstaben. Ich habe auch neue Shines bekommen. Vor allem das Lampi, also das event-spezifische Shiny. Dementsprechend für die Safari-Zone gibt es wahrscheinlich auch ein neues. Und, ähm... Das Bild übrigens, von der Ankündigung ist nicht so geil. Weil das hat irgendwie Pummel-Low. Nicht sehr interessant als Shiny. Äh, Mega-Platt. Ja, wieder mal Pikachu und die Entwicklung von der Kirsche. Wie auch immer das heißt. Also, normalerweise von der Ankündigung immer die Bilder. Die Pokémon auf den Bildern ist ja das, was beim Event kommt. Und, äh, ja. Die Pokémon waren jetzt nicht so interessant. Man kann es sich auf jeden Fall gönnen, wenn man will. Aber, ich muss ehrlich sagen, ihr werdet, glaub ich, nichts Großartiges verpassen, wenn ihr euch das jetzt nicht leisten wollt. Weil es ist eine Menge Geld. Auch jetzt ohne Flugticket und Reisekosten und Hotelkosten oder sowas ist das Ticket an sich immer noch eine Menge Geld. Und für alle, die sich überlegen und eh nie viel Geld ausgeben. Um echt zu sein, braucht ihr auch nicht. Nach meinen Erfahrungen wirklich meinen persönlichen. Aber jetzt sagen Leute, aber Home, du wirst es dir doch eh kaufen. Ja, aber ich gebe ja auch ständig dafür Geld aus für das Spiel. Also, für mich ist es kein Problem, da jetzt nochmal einfach so 30 Euro reinzustecken oder so. Aber, für alle, die halt nicht so viel reinstecken, muss echt nicht sein, wenn ich so mit den anderen Sachen vergleiche. Aber, zum dritten Mal jetzt. Ihr könnt gerne unten in den Kommentar schreiben, ob ihr euch ein Ticket holen werdet. Ich denke auch nicht, dass das, was auf dem Bild ist, kommen wird. Also, vielleicht ein Teil davon, aber noch mehr wahrscheinlich. Vor allem, nochmal zurück zu dem Thema. Also, letztes Jahr war es halt auch so geil mit den verschiedenen Zonen. Das war auch so geil, dass man in verschiedene Gebiete gehen musste, für verschiedene Pokémon. Und dann könnte man entscheiden, ja, ok, welches Gebiet, äh, wo campe ich jetzt da? Welches jage ich? Welches fahre ich jetzt ab? Welches Gebiet? Und dann habe ich hier ein Gebiet fertig, jedes Shiny, was ich eigentlich wollte von dem Gebiet. Dann habe ich das Gebiet gewechselt und so weiter. Dann hatte ich auch eine Route für, um die verschiedenen Gebiete, die ich haben wollte, abzugasen. Also, das war echt geil letztes Jahr. Und das fehlte natürlich. Aber, ja, meint, kann man nichts machen. Besser als gar nichts auf jeden Fall. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst mir schon immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon C is Business.